Part 12 geht jetzt weiter in Niespray Prostitulips. Ja, jetzt müssen wir ein Labyrinth machen. Weißt du was? Können wir auch so gehen. Fertig. Also ähm, warte mal, ich will mal so ein Quiz machen. Aber ich habe einen Pinguinanzug in Hogi 2. So, ich will jetzt mal gucken. Krone... Ja, ja, ich weiß schon. Item-Tafel. Und zuerst muss ich sortieren. Äh, ja, äh, Scheiße. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer hier ist jetzt. Wenn ich den Fall schon habe, ist das richtig bitter. Äh, nicht hier, hab Wacken. So. Das war so klar. Das war so klar. Dann ersetzen wir die Krone. Oder welche? Weil ich musste jetzt mal gucken. Aber einmal kämpfen wir gegen den Buhu. Alter, das nervt immer mehr. Ich hab keine Ahnung was ich nehmen soll. Komm. Nö. Na komm. Na. 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 Naeg. Na. 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 ernst jetzt will ich euch ein easter egg zeigen was dauert so so lange bei dem man dauert noch ab es kam ob sie aber die zeit wird auch gestoppt wenn eine besiegt hat er stammt nicht an warte auf mopsi stammt nicht an aber guck nach rechts er kommt gleich aha da war es ja hey du klecks kerl jetzt habt ihr den easter egg gesehen dann ist er jetzt eh tot daumen wir machen jetzt noch umgehen es geht zum neigen es geht zum neigen was ist das für ein titel ich hoffe nicht das ist ein blöd zu solchen damit machen ich muss die part 10 und 11 saulange im hochladen weil ich brauch das bis zehn stunden lang weil das internet nicht richtig überladen ist wie für eine kann das gibt es nicht das habe ich noch nicht gedacht das war das jahr nicht aussieht man muss richtig gut teilen das ist doch da oben das ist doch da oben das ist doch da oben ja was gibt es denn da ohne noch die euchel ich höre schon noch die feuerwehr interessiert das nicht ich höre schon die scheiß feuerwehr ich habe keinen brand gestellt wenn ja dann ruf uns an wieso heilt er wenn er keinen ball hat das ist immer so ein markenzeichen einer weint und ohne den ball das ist nur so eine dumme let's play ist und es so macht einer den scheiß item damit ist das auch das ist schweißen wir den ersten weg wir gehen in richtung igi wir sind schon da der alte muss weg hau ab du warst schon auf meinen alten mental schade dass man nicht mit einem im teil kommt 20 könnte doch gereichen der ist noch viel giftiger nur riesen wickler können rein warum weil die erwachsen sind was nimmt er eichel cool kann die umbringen beim rutschen die zahl kann ich wieder ein bonus ist da cool die zahl Da gönne ich mir auch. Oh gut. Sie gönnen... Scheiße. Komm komm! Yeah! Ja, aber geil ist mit dem Kisswitsch hier. Nehmen wir Erweiterung, Erweiterung... So. Ist es nach oben? Okay, tschüssi. Ich cheat einfach durch. Wie ich einfach weggechetet bin. Was denn da? Oh, jetzt haben wir alles voll. Oh, du Scheiße wieder. Dann kommst du ein paar los. Ich schau mich damit rum. Ach, danke für den Klinischen. So. Gießenwickler! Wow. Gut? Oh. So, oh. So, kriegen wir den auch wieder. Aber wenn ich hier auch drauf springe... ...soziale... ...soziale... ...nein. ...und zwar nicht mit der Schlacht. Und zwar nicht mit der Schlacht. Alter. Dann geht es jetzt wieder weiter mit... ...die heiße Sohlenfestung. Sohlenfestung? Oh! Er hat es noch reingeschnuppt. Und gleich, äh, woher zeigen. Oh! 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 Boah! Er aus der Reine geschnuppt. Oh, Leute! Oh, Leute. Oh, Leute! Es ist wie bei der Lava-Welle. und jetzt Time, 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 und abscreen. Das machen wir auch mit rein. Den brauchen wir jetzt für die erste Starcoin. Kaka! Oh, oh, I love you! Oh, da muss los! So, ein Ersatz ab. So, dein Bruder muss auch kaputt gehen. Du wirst erfroren. Mann, das scheiß Plattform, das nervt immer. Hau ab, du scheiß Welle! Gut. So, und bam! Richtig. Die 99 sind dann voll bei Toad. So passiert schon Toad. Oh, Quatsch! Boah! Ich darf auch keinmal nicht umbringen. Das ist wieder umsonst. Ah! Scheiße, hau ab! Nein! Hau ab! Verpiss dich! Hau ab, du scheiße! Keine! Hau ab! Hau ab! Ach! Du kleiner Hundsohn, I love! So, und hier gibt's ne Röhre. Aber ist das auch assi. Und dazu muss immer Y-Gedrücktheiten, weiß nicht wie. Hau ab! Scheiße! Scheiße! Oh! Endlich! Immer Y-Gedrücktheiten nicht loslassen! Auf keinen Fall! Dir einen Kuss entstandbar! Jetzt machen wir dich down! Na was lachst du denn da? Du kleiner Hundbock. Galler Wald! Was ist das da vorne denn da? Das sieht's jetzt aus wie.. Ein... Vulkan! Lava! Was macht das denn jetzt? Warte, bisschen Locken! Oh, Lava-Monster. Hat das ein Hauslieb? Komm oder was? Komm her! Bam! Komm! Ah, er kommt immer auf der Röhre. Ah, fuck! Alter, du kleine Monster! Alter, du Quichser! Alter! So passt er nicht tot! Komm, du Schauschütz! Komm, bitte, bitte! Bitte nicht umbringen! Bitte nicht! Was? Nein! Wir kriegen ja einen Time Mode! Nein! Nicht umbringen! Bitte! Komm her! Nein! Nein! Nicht so schnell! Boah! Jetzt kann ich endlich eine Flasche werfen! Ich muss rutschen! Ich muss rutschen! Dann kommt eine Bestechung! Ah! Geschafft! Ich muss rutschen! Ich muss rutschen! Ich muss rutschen! Ich muss rutschen! Jetzt erreichen wir... GANDIES MINEN! Es gibt ja auch zwei Boden! Warum denn? All right! Im kleinen habe ich keinen Bock mehr! Habe ich gesagt! Ich muss das im Tal! Immer! Nehme! Äh! Bin ich zahlbar! Dann nehme ich eine Feuerbunde! Wir gehen jetzt zum... Fussi-Felsen! So! Dann füllen wir die neue Welt! Die... Was ist denn da? Gut! Ah! Was gibt's denn da? Bieren! Yoshi! Auf den ersten Level! Oh yeah! Er frisst Münzen! Zucker! So! 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 Jetzt vereisen! So! Und... Nochmal! Aufpassen! Oh geil! Bam! Oh! Christ! Einmal fressen! So! Gut! Und nochmal! Und ne Eisblume! Holy shit! Oh! Oh! Gott ist ne Höre! Gut! Du 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 du... Du 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 du... Du 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 du! Christ! Was kann ich mit dem Plugdown mal anfassen? Fickle Ich muss gerade springen aber auch Zentimeter gefehlt Brexer Scheiße Was bin ich für ein Dulli? Ich nehme sowas und... Soll ich am besten den Propeller einsetzen? Den Pinguin Nehm einen Pinguin zu Ja Lange den genommen Aber endlich muss es wieder kommen Aber lächerlich die ich nicht genommen habe Was für eine Blamage So Und du wird sich ein bisschen erfrieren Und du wird sich ein bisschen erfrieren Torensohn Warte ich werde dich gleich zum Boxen bringen Oh wobei Oh Scheiße Ich darf nicht so machen Ich darf nicht so gierig sein Sonst passiert sowas Ich muss immer Ich muss immer Arke time sein Die scheiße Wenn ich ihn einfriere Dann sind die komplett weg Stellt euch mal Ich bin tot Und es gibt kein Youtube mehr Aber bei mir findet man mich nicht richtig Sie fällt mir gerade auf Sie fällt mir gerade auf Dreck 17 am Start Oh Scheiße Ich nehme einmal Ich nehme einmal Pinguin Wenn es nicht klappt Nehm ich den Pflughörnchen Alter Hör auf immer den Scheiß Immer den Kack zu machen Es klebt doch gar nicht Es klebt doch gar nicht Hinnertes Schwein Alter Alter Hau ab bitte Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen Lass mich in Ruhe Ich habe auch Hau ab Komm So Das ist so leicht So So endlich aber ich brauche ihn immer noch auch für die letzte kann ich ein bisschen mal rumschicken so geht es tot das ist nicht so schlecht alles mal fressen oh wie asoziale münzen 100 prozent münzen das glaub ich habe auch nicht anders zu tun mit münzen ja gut ja endlich in der nächsten fahrt geht es weiter mit könntest du mir nennen tschau